Das ist Herr Macher. Herr Macher ist Handwerker in einem Sanitärbetrieb. Er freut sich, denn heute bekommt er Besuch von seinem Wirtpartner. Bei Ihren Treffen besprechen Sie gemeinsam ein Problem, das Herr Macher immer wieder beschäftigt. Das Anbringen von Sanitäraxessoires im Bad. Selbst zur Befestigung von kleinen Haken für leichte Gegenstände, wie zum Beispiel Handtuchhalterungen, muss er bohren. Dabei besteht immer die Gefahr, dass sich hinter der Wand Strom- oder Wasserleitungen befinden können. Noch dazu könnten beim Bohren die Badezimmerfliesen springen. Sein Wirtpartner kennt die Lösung. Das Multi-Clever-Klebeset von Wirt. Mit dem Multi-Clever-Klebeset kann Herr Macher von nun an vieles einfach kleben, was er bisher mühsam bohren musste. Jetzt kann er viele Accessoires an der Wand anbringen, ohne die Fliesen zu beschädigen. Dabei ist der Kleber sicher und tragfähig. Er schafft eine Zugbelastung von 170 Kilogramm auf 10 Quadratzentimeter. So können auch schwere Gegenstände wie Duschkabinen ohne Probleme geklebt werden. Noch dazu hat Kleben einen besonderen Vorteil. Es ist hygienischer als Bohren, weil es kein Bohrloch mehr gibt, in dem sich Feuchtigkeit und Schmutz ansammeln können. Mit dem cleveren Klebeset kann Herr Macher genau die Menge an Kleber anrühren, die er benötigt. Vorher reinigt er kurz die zu beklebende Fläche mit dem Multi-Clever-Aktivator und dem beiliegenden Trockentuch. Der Kleber ist fast für alle Untergründe geeignet, also auch für die Fliesen im Bad. Und das Beste, der Kleber ist schnell, einfach in der Anwendung und ohne den Untergrund zu beschädigen, auch wieder entfernbar. Alles, was Herr Macher dafür braucht, ist ein Cuttermesser und ein Schleifvlies. Und wenn der Kleber von Herrn Macher einmal verbraucht ist, gibt es von Würth alle Produkte zum Nachfüllen. Herr Macher ist beeindruckt. Das Multi-Clever-Klebeset darf in seinem Werkzeugkasten nicht mehr fehlen. Er braucht sich jetzt keine Sorgen mehr, um kaputte Fliesen und beschädigte Leitungen zu machen. Aber nicht nur im Sanitärbereich ist der Kleber bestens geeignet, sondern auch zur Montage von Rohrschellen, Fußbodenleisten, Blenden, Jalousien, Küchenarmaturen, Seifenspendern, Kabelkanälen, Spiegeln. Also überall dort, wo man sich das Bohren ersparen möchte. Das Multi-Clever-Klebeset von Würth. Kleben statt Bohren.